Moin sind zurück, Leute. Wir nehmen heute wieder mal ein bisschen Dingens auf. Einfach 500 Jumps of Success mit dem guten alten Kai. Moin. Also, ja, ich fange mal an und labere mal ein bisschen welche, ein bisschen rumspringen. Eigentlich wollten wir ja jetzt zu dritt aufnehmen. Das heißt, der Razzor, der Kai LP mit seinem neuen Channel und Icke. Da wir aber leider Ferien haben und jeder eigentlich am Ende der Welt ist. Und deswegen ist es einfach ein bisschen schwieriger, uns zu dritt zu treffen. Deswegen nehmen wir erst mal nur zwei auf und irgendwann kommen bestimmt auch noch mal Folgen, wo wir dann zu dritt spielen. Juhu, ich gehe schon mal pendeln. Pendeln? Bist du schon durch? Yep. Am Arsch, du bist nicht durch. Doch, ich bin nicht. Nicht während der Aufnahme. Das machst du noch einmal, mein Freund. Und ich frage mich gerade ehrlich jetzt. Oh, warte, ich penne mal durch. Dann wird sie der Tag. Options. Wo ist denn das hier? Mach mal hier auf. Ah. Soll ich noch warten? Ähm, du kannst die bestimmt noch mal. Opsi. Hohe CPU-Auslastung durch FRAPS. Oh, mein Gott. Du machst die bitte noch mal. Weißt du auch wieso? Deswegen. Super. Ey, schau da mal ab, ey. Oh, ich seh schon aus. Ich flippe wieder aus bei der Map. Diese minderwertige Map hier. Oh, ich hasse es, wenn er wieder nur so halb springt. Ich könnte ja eigentlich nachträglich Musik einfügen. Ich glaube, das werde ich auch tun. Na, das werde ich auch tun. Na, die erste Folge ist ja schon hochgeladen. Ui. Scheiße, ich habe mir gar kein Ding ins gestellt, ne? Hm? Gar keine Uhrzeit. Wo sind wir denn hier? Wir sind ja gerade bei 2 Minuten 19. Ja, ich schätze mal, dass wir ungefähr nach ein halbes Stündchen aufnehmen müssen, dass wir wenigstens mal 2 Folgen haben. Weil meine Festplatte ist auch wieder. Obwohl, sie geht eigentlich. Schon wieder fertig. Tüte Sau. Das ist keine Herausforderung. War ich verkackt das hier zu gern. Oh, am Arsch. Du wusstest, du wusstest, du wusstest, du wusstest, du wusstest, du wusstest doch. Ja, das geht doch auch von hier. Okay, okay. Das ist so tricky. Alter, jetzt sehe ich schon, ich muss wieder hier 3 Milliarden Stunden. So wie immer. Ja, nicht meinen ersten Sprung schaffe ich. Aber ich muss euch nochmal eine kleine Information geben. Eigentlich sind wir schon durch das TNT-Feld gekommen. Ey, jetzt bin ich aber mit dem nächsten fertig, ne? Ne, du wartest erst mal wieder. Okay. Da ich, äh, wie ich halt bin, hab ich irgendwann die Videos geschnitten. Sag, oh, die sind scheiße. Und hab irgendwie, irgendwie, irgendwas irgendwo, irgendwann gelöscht. Also ich hab nur noch die, äh, ich glaub die Hälfte der Videospur hab ich nur noch übrig gehabt. Und das ist ja dann auch ein bisschen suboptimal, sag ich jetzt mal. Alter, das ist doch scheiße. Und ich, alter, ich raste hier gleich aus, ohne Mist. Diese, diese, diese Tastatur. Das ist keine Tastatur, das ist ein Krampf. Das ist ein Spiel. Naja, das Spiel ist eigentlich ganz okay. Können wir mal beide Augen zudrücken. Boah, alter, ey, am Arsch. So, ein bisschen die... Alter, ich hab meine Render Distance jetzt schon auf Short gestellt. Wieso denn? Ja, weil damit hier, damit hier keine Frame-Einbrüche... Ich hab eigentlich 30 Frames, das ist doch schon mal recht angenehm. Hm, hier ist ein Huhn, das hat ein Ei gelegt. Boah, alter, ich kann nicht mal bis zum Boden sehen. Ich hab mir mal das Ei geholt. Ach, Mann, ey. Ach so, demnächst gibt's auch noch... Wahrscheinlich so ein... Ja, kannst du mitmachen, ne? So, 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 äh, Dingens hier. GTA 4. Jetzt hab mir ne Runde GTA. GTA. Ach. Krantheft Auto. Krantheft Auto heißt das, ja. Mann, ich find mir egal, ich hab diese Scheiße hier schon zweimal geschafft, ja. Und in den Test, äh, in dem Test davor, ich mach mal mal davor so einen kleinen Test, wie grad alles so läuft, ähm, da pack ich immer alles wirklich mit verbundenen Augen, mit 23 Drehungen und einer Schraube. Und bei der Aufnahme, da bin ich so nervös, da zitter ich. Ja, okay, also, übertreiben muss man's auch noch wieder nicht. Und ich hab grad zum dritten Mal das Ende verkackt. Leute am Arsch. Ich find das Ende ist mit das... Wow! Alter, das vierte Mal... Das Ende ist doch eigentlich mit das Einfachste. Ja, es ist ja auch scheiße. Oh, ich hab's geschafft. Oh mein Gott. So, ich hoffe, das ist jetzt nicht ganz so... Ne, das ist mich nicht ganz so übel. So, und das hab ich ja auch, das ist eigentlich... Also, wo wir es damals gemacht haben, in der anderen Aufnahme, war das jetzt nicht so ultra schwer. Ist es auch nicht. So, okay. So, hier war ich jetzt auch noch nicht. Okay, doch, eigentlich schon. Na klar, wir waren schon über das TNT-Feld, wo du direkt über das TNT gelaufen bist. Ich nicht mal da war und dann komm ich hin und... Alles kaputt. Bam. Alter, der Sprung ist nicht zu schaffen. Ja, ja doch. Ist doch getrickse. Ist doch gelach... Alter, wir waren gestern im Heidepark, ne? Ach stimmt, ihr wart ja im Heidepark. Auf jeden Fall, da gibt's immer diese Wurfbuden oder so'n Schmodder. Ach ja. Und da waren diese Basketball-Dinger. Und die Körbe sind... Die sind nicht mal rund. Von vorne sehen die rund aus, weil du die von oben siehst. Die sind so oval. Okay. Da kannst du gar nicht reintreffen. Alter, chill doch mal. Nein. Ey, ey, nee, 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 nee. Alter, was glaubst du... Und vor allem, mein Vater hat davor irgendwie 10 Euro reingesteckt oder so. Hat nie getroffen. Und man sollte dazu sagen, dass mein Vater Handballer ist und normalerweise nie nicht trifft. Nie nicht trifft? Und er hat nie getroffen. Okay. Ja, also Heidepark ist schon recht nice, ne? Bist du auch Kolossus gefahren? Ne, man, es hat viel zu stark geregnet. Ja, hat drauf geschissen, ey. Da oben, so hoch wie die geht, da ist kein Regen mehr, Junge. Da scheint die Sonne nicht hin. Alter, mein Bruder meint... Alter, am Arsch, du glitscht mich hier wieder runter. Könnt' ich wieder ausrasten. Mein Bruder meint irgendwie Scream, ja. Was weiß ich, wie viel 100 Meter hoch. Ja, Scream ist, glaub ich, 75 oder 80. Vielleicht so... Wieder Freefall... Alter, den Sprung kannst du nicht schaffen. Vielleicht so wieder Freefall-Tour im Holiday Park, aber man nicht. So ein bisschen leicht. Ich weiß mal, der in Trips drill, ey. Oh mein Gott, der ist bestimmt viel zu übel. Ich glaub, der war 10 Meter oder so, ne? Wenn überhaupt. Aber ich glaub, der war viel zu übel für mich. Ja, Mann, ich hab mir da in die Hose geschissen. Also nicht wundern, falls ich ja immer so mal so hier ins Menü geh, weil ich muss immer mal gucken, weil ich mir natürlich professionellerweise nicht die Uhr gestellt hab. Und ja, ich hab halt... Weil wenn ich jetzt zum Beispiel 35 Minuten aufnehme und 15 Minuten Folge mache, ungefähr, hab ich jetzt, sagen wir mal, 30 Minuten verbraucht und muss die 5 Minuten dann noch extra lagern, damit ich da... ähm, noch ne... ne vierte Folge rauskrieg. Äh, ne dritte. Und deswegen... jo. Tue ich hier etwas... äh... Zeit abstimmen. Und diese Map geht mir langsam echt aufm... aufm Pfeffersack. Zeit, könnten doch immer eine andere Adventure Map oder so zocken. Irgendwie so 100 Jumps to Success oder so. Oh Gott, hab wieder die Zeit vergessen. Wir sind jetzt bei... 8... Och, da haben wir noch genug. Wir sind grad bei 8,30. Wir haben nicht mal eine Folge. Ne halbe. Ja, ungefähr. Das könnten wir eigentlich auch 10 Minuten Parts machen. Ach ne, da muss ich so viele Folgen rausbringen. Ach so, genau. Alter, den Sprung schaffst du nicht. Hier. Ich muss auch nochmal erwähnen. Ähm, die Folgen, also allgemein alles, wird jetzt ziemlich unregelmäßig rauskommen, weil ich hier bei mir zu Hause ein minimales Upload-Problem habe. Das heißt, wenn ich hier versuche, was hochzuladen, dann kackt hier das ganze Internet im ganzen Haus ab. Das heißt, muss ich jetzt immer irgendwie hier bei irgendwie das Internet schnorren, zum Beispiel bei dem da. Bambus-Leitung halt. Typ da, ja. Und muss es da hochladen oder bei sonst wo halt. Und deswegen, das schaffe ich halt nicht immer. Deswegen ist es ein bisschen suboptimal. Alter, diesen Sprung schaffst du nicht. Da scheiße ich drauf. Da gebe ich mein Siegel drauf. So, ich habe gerade Besuch bekommen. Die kommen immer alle hier rein, sag mal. Also, die landen da eben, oder was? Wie die Geier. Ja, okay, da müssen wir sowieso, können wir nur eine Folge aufnehmen. Dann machen wir mal in, ja, in fünf Minuten ein kleines Päusle. Oh, am Arsch. Oh, das Ende ist eigentlich das Leiste hier. Oh, wie oft bist du jetzt schon durchgekommen? Hier, hier ist einmal jetzt. Oh, hier komme ich immer nicht. Das ist eben, war das erste Mal. Der NDR Sprung ist übel. Bäm. Der hier? Mhm. Bäm. Also, ich fand ihn übel. Am Arsch. Das ist jetzt nicht wahr. So, jetzt kommt mein heiß geliebtes TNT-Feld gleich. Nee, du läufst jetzt nicht, nicht über. Ich habe auch gesagt, gleich. Hallo. Musst du zuhören. Musst du die Füße waschen. Hey, was hat das damit zu tun? Da habe ich dir Dreck nachrutscht. Dann sind die Ohren wieder frei. Wie läuft das eigentlich mit deinem Channel? Meinem Channel? Geht. Schon irgendwie Videos in Aussicht oder so? Noch nicht ganz, ich weiß noch nicht was. Und so. Ich glaube, wenn dann GTA. GTA-Ding ist GTA. Oh ja, weißt du nicht, wie man einen Kanal erstellt? Nein. Ich habe erst ein... Soll ich dir mal ein Tutorial geben? Ein Tutorial von meinem Channel. Wie erstelle ich mir einen Channel? Ach ja. Es gibt echt zu jedem scheiß ein Tutorial. Wie gebe ich ein Passwort in Windows ein oder so. Was weiß ich. Wie vergesse ich mein Passwort? Wo leckt es gerade? Alter, ich habe mich hier in einen Stein reingebackt, glaube ich. Und dann verkacke ich wieder alles, ey. So, ja, okay, wir müssten auch... Ja, 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 ja. Gleich Schaluss machen. Ich sag mal so um 15.14 Uhr. Wir haben es 15.12 Uhr. Was ihr nicht seht, weil meine Taskleiste hier nicht zu sehen ist. Hoffe ich. Oh, Alter, was jumpt der denn? Ich habe doch auf Shift gedrückt, ey. Also irgendwann haue ich die Leertaste hier echt mal raus, weil die ist immer noch kaputt. Und ich habe mir immer noch keine neue Tastatur gekauft, weil ich keinen Bock habe, hier 60 Euro auszugeben. Oh, sag bloß. Geh kacken hier, bam, ich habe es geschafft, super. Ihr wisst, dass ich es geschafft habe, Leute, ihr wisst es. Mir war langweilig, ich musste was aus Betten bauen. Ach so. Aber die geht eigentlich, hier muss man am Anfang eigentlich nur so jumpen. Und schon fällt man runter. Ganz leicht. Ja, aber ich habe es sowieso nicht mehr hier. Alter! Nein. Nein, das bin ich runtergeleckt. Ja, ich glaube, das, ähm... Ja, wir können es euch so langsam mal verabschieden. Alter, nein, 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 nein. Du gehst bestimmt hinter den Torbogen. Ach genau, ich habe ja ein neues Texturpack mal wieder. Ja, ich habe das von einem guten alten Devitor. Der hat doch hier so ein gemischtes. Ähm, da könnte ich eigentlich mal die Seite unten in die Beschreibung reinhauen. Machst du sowieso. Ja, mal gucken, vielleicht vergesse ich auch nicht. Und das ist echt richtig cool. Das ist eine Mischung aus Honeyballs, aus Misas und aus des S-Faxes, was ich vorher hatte. Und dann hat er noch so ein kleines Pack dazu gestellt. Ist eine Anleitung super drauf, auf der Seite. Ähm, kann ich alles in die Beschreibung reinhauen. Ja, besucht auch seinen Channel. Der ist echt cool, der Junge, der Mann. Ja, ich würde sagen, wir sind jetzt hier auch kurz vorm Ende. Wir verabschieden uns mal hier bei dem tollen Sonnenuntergang, bei dem romantischen. Also, bis dennne, ne? Tschüss. Stier. Tschüss.